Ah, City. Oh, so. Was kann ich warten jetzt nicht mehr aus, Fabian? Was? Auf Basti warten? Der ist da oben, aber wie komm ich den da rein? Ah, so geht das. Einer? Einer? Irgendwie dürfte ich da gern reden, also. Ach, fang die schon an, ne? Geht's schon so, oder? Soll nichts weiter ausnehmen, oder so? Ja gut, das wäre vielleicht eine schlechte Idee. Kann man das überhaupt? Wofür? Ja, natürlich geht das bestimmt. Wofür? Als Sicherheits-Backup. So, hab das jetzt, guck. Ne, hat's euch gezeigt. Was denn? Ähm, Fabian, hast du die ganze Töne aus, oder hast du die, hast du grad entblinkt? Ja, fantastisch. Einwandfrei, gut. Dann müsst ihr alle Drehs schneiden, dann zoomen wir uns die beste Person aus. Ähm, die die aufnehmen... Nein, ich dachte einfach, wir nehmen uns noch ein zweites Mal auf, einfach als Sicherheit falls. Und dann können wir dann auch aufhören, unten was reinzuschreiben, beziehungsweise alle machen ihre Töne aus, weil nachher haben wir dann wieder so ein... Bling, 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 bling. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie schalte man die Töne aus? Ja, das wäre... Diese Töne sollten wir auch ausschalten. Ja, es fängt ja noch nicht an. Ist doch scheißegal, es schreibt einfach keiner da unten was rein. Ja, gut, aber das finde ich... Ich schreibe einfach mal, es schreibt dann einfach rein. Ja, das hört man ja auch. Ja, ich finde eigentlich, wir sollten den Chat unten schon brauchen können, also zwischendurch mal... Wenn einer aufs Klo muss oder so. Ich glaube, ich habe die Töne nicht ausgeschaltet. Ja. Keine Ahnung. Ben hat mir das erklärt, aber ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Wie macht man die Töne aus? Optionen, Meldungen. Hey, wo ist denn Optionen? Ach, da, nee. Optionen. Ah. Meldungen. Ah, keine Sounds spielen, okay. Meldungen, ah. Alle Sounds spielen? Ja, genau. Und dann probieren wir es einfach aus, macht es noch bling. Ja, ich glaube, wenn du selber schreibst, springst du rechts. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ausstellen. Wie stellt man ihn nochmal aus? Wenn aus... Keine Sounds spielen, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, ist aufbereitet. Ich drücke einfach okay. Ähm. Also, eigentlich habe ich alles schöner ausgestellt, aber ich habe hier immer noch irgendwie einen. Ich höre immer bling. Bling. Ich höre nicht nur. Ich höre immer noch so einen Blink. Oh. Ich habe in den Optionen alles sonst ausgestellt. Ja, da hat er wohl recht. Hm. Können wir dann irgendwann anfangen, oder brauchen wir noch eine Stunde? Welche Liste benutzen wir jetzt überhaupt? Die, äh, Google-Liste. Weil da ist nämlich alles aktualisiert. Jetzt muss ich extra in Google, oder was? Ich habe die einfach fetisch geordnet. Ja, und schön. Wer will den Moderator machen? Ich hab das wenigstens... Das hat du mir erst nicht geordnet gehabt. Wo ist denn die Liste? Hat jeder eine, oder? Ne, es reicht ja, wenn der Moderator eine hat. Ja, jeder hat eine. Achso, okay. Wer ist denn der Moderator? Stimmt. Google-Konto, und gleich kommt dein Bild von Claudio. Wie wäre es, wenn ich den Moderator mache? Wenn man auf das Google-Konto geht, kommt sofort ein Bild von dir, Claudio. Achso. Google-Konto und Bild von Claudio. Ja, weil... Dieser Kerl mit den... Mit dieser Maske... Das ist Claudio auf der Gamescom. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das könnte jeder sein, der dort unten ist, äh, der unter dieser Maske steckt, also unter dem her. Nein. Ich erkenne die Augen. Ja, auf jeden Fall. Sind ja gar nicht sichtbar. Oh, doch. Wollen wir jetzt mal aufhören, um das Bild zu sprechen und anfangen... Ich meine, ich würde heute gern damit noch fertig werden, aber ich bezweifle es schon. Ja, das... Du kannst dich ja beeilen mit der Pichweta. Also ich habe mir so eine Stunde Zeit eingeräumt da dafür. Nicht eine halbe. Was, so viel? Du weißt schon, dass wir letztes Jahr bei sieben Stunden oder so waren? Ja, aber da war ja schon wieder aufgefallen, dass teilweise in den Spielen, da haben zehn Leute darüber geredet. Und irgendwelche Stimper haben eine Stunde lang über Portal 2 geredet. Hey, Portal 2 war genial. Okay, das halten wir so fest. Aber nicht so gut wie Skyrim. So, jetzt fangen wir an. Oh, nee. Hm, halbieren wir es wieder im August, oder wie machen wir das dann wieder? Ja, wir schauen, wie lange wir bauen. Wenn wir nur eine Stunde brauchen, brauchen wir es nicht halbieren im August, oder? Vielleicht brauchen wir auch nur eine Viertelstunde. Wie meinst du, halbieren? Ja, in zwei Teilen, oder in vier Teilen, oder? Vom ersten bis zum sechsten und vom siebten bis zum zwölften. Ja, aber ich meine, willst du dann jetzt aufhören einfach und dann sagen... Nein. Außer vielleicht, wenn es 81 ist, dann vielleicht, weil ich es heute Morgen um sechs wieder aufstehen. Hm. Da sollten wir besser mal anfangen. So, jetzt sagt mal jeder hier nacheinander, dass wir auch hören, ob die Qualität gut ist. Nee, Qualität. Gut, passt Fabian. Deine Soundqualität. René passt auch. Hallo. Ich finde die Liste irgendwie ein bisschen komisch. Audio? Ja, was? Sorry. Okay, passt. Und dann noch Basti. Ja. Ja. Ah, gut. Einwandfrei. Hört sich doch gut an. Auf Augen. Hm. So, und wer macht die Moderation? Du? Ich wäre ja für René. Schließlich ist er hier unser Projektleiter, der das alles mal angefangen hat. Bevor getreten wurde. Ich mache das immer so... ...gequält. Und so trant. Ich finde, der macht das immer sehr schön. Wieso musste ich nur diesen Podcast aufmachen? Was hat mich dazu nur gelitten? Ah, was ist das? Wo ist überhaupt mein Wasser? Da. Du musst noch Pepsi holen gehen. Nein. Aus dem Keller. Okay. Ist es nicht lustig? Ist es auch. Und wieso merkt ihr es euch überhaupt? Ja, was soll ich sagen? Wer hat am wenigsten Charme, das zu moderieren? Ja, was? YouTube? Gut, das wären dann wahrscheinlich ich oder Fabian. Ja. Lass mir Marcel doch die Sache moderieren. Wieso muss ich das machen? Weil du Schüler bist und viel Zeit hast. Ja, nehm einfach an Moderation von... Basti, willst du nicht moderieren? Basti, moderieren? Nee, das ist nicht so mein Ding. Ration, da sitzen wir immer 15 Minuten dran und dann kommt nichts bei raus. Wir warten einfach bis heute Abend. Irgendwann wollte Philipp auch nochmal vorbeikommen. Wir warten einfach, dass Ben irgendwann mal kommt. Hm. Fabian, du kannst das doch machen. Was? Ich? Mach doch, so viele Videos. Und so viele Einleitungen schon gemacht. Ich hab gedacht, Eli wollte das machen. Ja, ich kanns machen, mir ist das egal. Ich heul da nicht so rum wie ihr, ich bin keine so eine Mimme. Also, Eli, ich würd das jetzt mal lieber machen, ne? Weil sonst kommen wir hier auch vorher eigentlich mal nicht weg. Wir können das auch zu drück moderieren, wenn du willst. Chor. Egal. Hallo. Ich mach's dann halt auf richtig Beut Schwäbisch, damit's ja jeder verstaut. Wie ging das nochmal los? Hallo. Ziemlich willkommen. U-Talk, Angriff der Nerds. Ich bin eh die... Du kannst dir ja auch was Neues einfallen lassen. So als... Neu. Halt. Und dann wieder von oben runter. Ja. Jo. Also, Claudio, Fabian, Marcel, René und Basti. Dann fragen die Leute, wer ist Basti? Na, Basti, der Neue. 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 Der aus den vielen Videos von Fabian, die keiner anguckt. Genau. Der mehr Schlechtzeit hatte als alle anderen hier, obwohl ich schon seit einem Jahr dabei bin. Neue. 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 Machen wir dann schon mal Presse. Steht jetzt ja auch mal Presse drin. Echt? Wo ist denn der? Achja, und wie immer nicht zu viel Spoilern. Was? Wieso? Jahresrückblick heißt, wird alles gespoilert. Selbstverständlich. Wir können ja auch davon ausgehen, dass jemand, der ihn hört, alles gespielt hat. Ja. Also, wir dürfen wieder Spoilern. Du bist auf Standard. Nein. Walking Dead würde ich nie Spoilern. Also, Claudio, wir Spoilern. Du hast den... Da will ich nicht sagen, dass am Ende von Etsy so gespoilert ist. Okay, jetzt. Jungs. Kinders. Was ist denn das? Was ist denn das? Buchstaben. Hotline Miami? Hotline Miami, geile Spiele. Lass uns sie runter. So, können wir jetzt anfangen. Alle bereit? Dann kann ich von jedem mal ein Jaaaaaa. Jaaaaaaaaaaa. Can I get a name? Okay. Gut. Ich könnte es ja auch einfach so machen. Äh, so. Was ist das? Hä? Das hört man Fabian nicht. Passt schon mal. Was? Dein Moment bitte. Ich muss mich sehr seelisch auf seine Anmoderation vorbereiten. Moderationskarten bereitgelegt. Wie heißt man nochmal? Ach, YouTalk, Angriff der Nahrungs. YouTalk. Ey, komm, das ist schon lange her. Du kannst ja den Namen ändern. Zu Elis Sprechstunde. Elis Monolog. Elis Geschwafel. Eher wohl Fabian. Machst halt Monolog, wenn ich mir den Februar sein gucke. Gut. November war er auch. Ich hoffe, ihr stellt Fragen oder so, weil ich kann eigentlich nicht so viel dazu. Ich hab alles nur angespielt und dann so. Wie ist das so? Sag mir doch mal, wie ist das so? Was macht man auf der Extrasse? Wir kommen dazu noch kaum weiter. Ich fang mit der Moderation bitte an. Ich will das jetzt nicht bleiben. Okay. Also gut. Ähm. Wollt ihr nochmal die Aufnahme abbrechen mit Anfangs? Sonst müsst ihr ungefähr 20 Minuten dummes Gestafeln hören. Nicht? Okay, lassen wir es laufen. Ich will sie gerade abbrechen. Wart es. Pfff. User in your channel stopped recording. Oh. Hm. Hm. Also gut. Dann 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Alter. Fabian. So, kommen wir jetzt. Alles getrunken, Fabian. Das sagt einfach nichts mehr. Gut. Oh, Philipp ist online. Sollen wir den jetzt nicht gerade auch noch einladen? Finde ich gut. Ich sehe schon, René. Ich hätte gerade jetzt in den Webcamp, wie René reagiert. Obwohl jetzt ganz klasse das Foto schon mit hochbrunten Kopf da sitzt. Die Blau schon zerquetscht hat. Und direkt hier. Schalt mal Philipp an, ob er nicht auch gerade den TS rein will. Warte mal, ich hole mir noch was. Wir waren so kurz davor. Ich bin bereit. Die Aufnahme nochmal starten. Ich habe gedacht, hier wollte Philipp noch. Ich habe mir nur noch eine Orange schickt geholt. Achso. Bödel, ey. Unglaublich. Hat jemand Philipp angeschrieben? Nein, ich nicht. Egal, dann können wir jetzt anfangen. Sollen wir jetzt wirklich nicht auf Philipp warten? Nein, das soll einfach langsam reinkommen dann. Also gut. Bei Skype ist er wieder draußen. Hat sich wieder abgemeldet. Bei Skype, oder? Okay, na ist egal. Ich könnte ihn zwar anrufen, aber mache ich nicht. Wie soll ich ihn gerade anrufen? Ist mir scheißegal. Ich frage euch jetzt ja, ob es gerade machen soll. Nein. Nein. Er wollte nicht dabei sein. Ich stimme für Nein. Ja, dann mach dir eine Moderation endlich. Oh. Okay. Wir sind einfach zu viele. Nein, wir sind einfach zu viel Fabian. Es ist zwei Sekunden ruhig und dann hörst du wieder von Fabian. Ich mach doch gar nichts. Bin bereit. Jetzt lass mich doch wenigstens zwei Sekunden Pause kurz machen, bevor dann losgeht. Ohne dass du reinlaberst. Bereit? Ich freue mich. Ähm. Wir sind ja auch alle Fquent. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Also.